In diesem Video kaufe ich das unfassbar beste, das aller allerbeste Angebot, was es jemals in Brawl Stars gab. Guckt's euch an, guckt's euch an, guckt's euch an, guckt's euch an, was passiert hier? Was passiert hier gerade? Bro, wenn das jetzt geht, es geht, es geht. Oh mein Gott! Erstmal eine Star Power für die Biene. Und noch eine Star Power für Mr. Peter. Aber Bro, was geht denn hier bei diesem Opening ab? Ich bin wirklich, also ich weiß gar nicht, wie viele Megaboxen das sind. Drei, vier, fünf, okay, sechs. Was? Let's go!